Sabine Heinrich bekommt eigene Primetime-Quiz-Show im ZDF-Freude über Familienzuwachs-Moderatorin Sabine Heinrich, 44, bekommt mit das große Deutschland-Quiz, das Spiel für unser Land, ihre eigene Quiz-Show im ZDF. Das gab der Sender am Sonntag bekannt. Ich freue mich sehr, ein neues Mitglied in der ZDF-Familie begrüßen zu dir. Sabine Heinrich ist eine erfahrene und vielseitige Moderatorin und Journalistin. Sie kennt viele Formate und Genres, und es wird Spaß machen, gemeinsam eine neue Quiz-Show zu entwickeln, auf die sich die Zuschauerinnen schon jetzt freuen können, schwärm ZDF-Unterhaltungschef Dr. Oliver Heidemann von Neuzugach. Und auch die künftige Quiz-Show-Moderatorin ist voller. Ich bin selbst ein großer Quiz-Fier. Meine Vorfreude auf Fragen, spannende Fragen und auf meine Gäste ist riesig. Gemeinsam möchten wir den Menschen zu Hause beste Unterhaltung präsentieren, wird Heinrich. Denkwürdige Sendungen neben vielen Sendungen im WDR moderierte Heinrich auch die ECHO-Preisverleihung 2010 im Ersten sowie die deutschen Vorentscheide der Eurovision Song Contests 2010 und 2011 im Ersten und ProSieben. Für erstere Moderation wurde sie mit dem Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie beste Unterhaltungssendung aus. Unvergessen ist zudem Heinrichs beeindruckende Berichterstattung als 1 Live-Reporterin im katastrophalen Getümmel. Der Love gerät am 4. Juli 2010 in Duisburg, bei der 21 Menschen starben und mehr als 650 verletzt wurden. Wann das große Deutschland-Quiz, das Spiel für unser Land erstmals zu sehen sein wird, werde zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben, heißt es von... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020